Die GIPO AG stellt Aufbereitungsanlagen für Rohstoff- und Recyclingmaterial her und liefert sie aus dem Kanton Nuri in die ganze Welt. Zur Zeit bauen wir unser Areal aus, um die Arbeitsplätze zu sichern und Platz für weitere Arbeiten. Dadurch leisten wir als Familienbetrieb ein starkes Bekenntnis zu unserem Standort in der Zentralschweiz. Untertitelung des ZDF, 2020